Ich bin hier, weil ich mir damals dachte, ich will mich weiterentwickeln, ich will was lernen. Und wo kann man das besser als an einer Uniklinik mit unglaublich vielen Fachbereichen, bei denen man gefördert wird, wenn man die Weiterbildung machen will. Wo man dann unterstützt wird und auch immer jemand zu fragen hat. Das Team hier passt sehr gut rein. Also es passt, es passt einfach. Ich lerne viel und ich werde gefördert beim Lernen. Ich kann mich weiterentwickeln. Das ist das, was ich wollte. Und das will ich hier. Ich mag, wie wir hier als Team zusammenarbeiten, wie wir zusammen lachen können, Spaß haben können bei der Arbeit. Wie wir aber auch manchmal nicht so einfachen Zeiten zusammenstehen und da durchgehen und uns gegenseitig motivieren. Ich heiße Mario Koss. Ich komme aus Slowenien. Ich bin Intensivkrankenpfleger schon seit sechs Jahren. Wir machen hier einen guten Job. Wir haben ein gutes Team, eine gute Atmosphäre. Ich gehe immer nach Hause mit einem guten Gefühl. Ich bin absolut stolz auf mein Team, weil wir es geschafft haben, aus vielen, vielen verschiedenen Nationen aus Europa ein funktionierendes Team geschaffen haben, haben die Sprachbarrieren überwunden, haben kulturelle Unterschiede überwunden und sind jetzt ein sehr harmonisches Team. Und da bin ich wirklich stolz drauf. Pflegefachlichen Schwerpunkte der Stationen liegen auf der Mobilisation des Patienten. Letztendlich. Hinzu kommt, dass Patienten nach Langzeitaufenthalten häufig Probleme im Weaning, von der Beatmung und von der Hämofiltration haben, die wir hier dann versuchen sicherzustellen. Sicherzustellen. Komm, schau es dir an. Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich jetzt. Komm, schau es dir an. 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 Untertitelung des ZDF, 2020